Als Audio-Traveler bin ich diesmal unterwegs in Tirol, in Ischgl, um hier das Hotel Trofana Royal kennenzulernen. Das Dorf Ischgl liegt malerisch im Paznauntal. Und hier befindet sich das Hotel Trofana Royal, ein Fünf-Sterne-Hotel, das Luxus und österreichische Tradition verbindet. Das drückt sich auch schon im Namen des Hotels aus, so Direktor Alexander von der Tannen. Also der Name Trofana stammt aus dem Retro-Romanischen. Wir hier im Paznaun wurden ja von der retro-romanischen Seite besiedelt. Also von der Schweiz, nicht von Österreich und von Deutschland. Die ersten Einwohner kamen über die Schweiz vom Engadin nach Ischgl und ließen sich hier nieder. Und es waren eigentlich die ersten Karten, die man so von Hand gezeichnet hat, alle auf retro-romanisch gezeichnet. Und da hieß der Bach, der hier durchfließt, die Trisanna, hieß auf retro-romanisch Trofana. Und es gibt hier in Ischgl ein altes Museum, da hängen die alten Karten, die damals gezeichnet wurden. Und da ist eben der Fluss mit Trisanna, der jetzt Trisanna heißt, mit Trofana bezeichnet. Und daher kommt der Name Trofana, also ursprünglich das kleine Pechlein. Und die Gäste, die aus allen Teilen der Welt kommen, fühlen bei ihrem Aufenthalt bis in die Zimmer, dass sie zum einen in Österreich sind, aber auch den Luxus eines Fünf-Stern-Hotels genießen können. Heidi von der Rezeption zeigt dies am Beispiel der Kaisersuite. Ich führe sie mal kurz hinein in den Aufenthaltsraum. Der ist wirklich sehr kaiserlich oder, ich sage mal, königlich zum Wohlfühlen. Es sind originale Holzdecken, ein wunderschöner Kachelofen, eine Sitzecke. Dann gehen wir mal rüber und schauen uns noch an, was diese Kaisersuite noch zu bieten hat. Und jetzt kommen wir in den nächsten Raum. Jetzt befinden wir uns im Hauptschlafzimmer. Und dieser Raum wird eigentlich bestimmt durch das Himmelholzbelt, also mit dem Ballachin und mit den vier Pfosten. Also das muss man unbedingt gesehen haben, also ein Bett zum Wohlfühlen. Und von diesem Raum geht es direkt in das Badezimmer? Ja, das hat wirklich einen kleinen besonderen Kniff und zwar ein eigenes Sonarium. Also wirklich, wo sie ungestört sonnieren können, also abseits von den anderen Gästen. Und ein weiteres Hauptaugenmerk liegt im Badezimmer und zwar an der Marmor-Ausstattung. Also wirklich sehr hochwertig ausgestattet und ja, es wird ihnen an nichts fehlen an der Kaisersuite. Doch nicht nur beim Wohnen sollen die Gäste merken, dass sie in Österreich zu Gast sind. Martin Sieberer, einer der besten Küchenchefs des Landes, legt bei seinen Gerichten Wert darauf, dass er vor allem regionale Erzeugnisse verwendet. Einmal ist das einfach meine Küchenlinie, dass ich diese Produkte besonders gerne verarbeite. Und noch dazu ist es ja genau das, was der Gast ja erleben möchte. Der Gast kommt ja aus aller Herren Länder zu uns und möchte hier natürlich auch diese Produkte erleben, ob das das Paznauner Schafle ist oder der Paznauner Almkäse ist oder die Bauernbutter, was am Frühstücksbuffet steht. Also das ist ja ein besonderes Erlebnis auch für den Gast dann, dass er aus der Region das besondere Produkt hier genießen kann. Zum Konzept von Martin Sieberer gehört auch, dass er oft die Küche verlässt und gemeinsam mit den Gästen unterwegs ist, um ihnen zu zeigen, woher er die Produkte für seine Gerichte bezieht. Da mache ich sehr viele Dinge auch mit den Gästen, wo ich ihnen zeige, wo der Käse gemacht wird, auf welcher Alm, dass es am schönsten ist oder warum gerade diese Kühe auf dieser Wiese grasen und die Schafe aber auf einer anderen Weide sind. Das hat einfach damit zu tun, weil die Schafe auf viel steileren Hängen und Flächen grasen können, als wie die Rinder. Rinder brauchen eher flache Wiesen, die Schafe hingegen sind ja fast kleine Gämsen und die können überall dorthin, wo wir Menschen nicht einmal richtig stehen können. Und was bei uns ja ganz wichtig ist, einfach für die Kulturlandschaft, wenn man hier ins Tal kommt und diese saftigen grünen Wiesen sieht, dann denkt man, wie fantastisch schön, dass hier alles aussieht. Das kommt daher, dass die Landwirtschaft einfach noch intakt ist. Und die Zusammenarbeit deshalb mit den regionalen Produkten, Vermarkter oder ich als Koch, der was hier in der Küche einsetzt, ist eines von den ganz wichtigen Dingen. Zu einem solchen Essen gehört auch ein guter Wein. Im Weinkeller des Hotels liegen zwar die edelsten Tropfen aus den bekanntesten Anbaugebieten in aller Welt, doch sommelier Christian Zögernitz hat festgestellt, dass die Gäste immer häufiger einen einheimischen Wein bestellen. Wenn man das so lange macht wie ich, und das sind jetzt 20 Jahre, hat man schon dann das Gespür, was kann ich dem Gast zumuten, was möchte der Gast, beziehungsweise haben wir in Österreich leicht, da die letzten Jahre gezeigt haben, unser Wein ist ganz großartig geworden und der Gast möchte auch den österreichischen Wein probieren. Da haben wir insofern leichtes Spiel dann. Generell auf der ganzen Weinkarte, im Weinkeller macht der österreichische Wein 50, 60 Prozent aus. Und auch der Gast sieht das so. Der Gast wünscht, zum größten der österreichischen Wein zu probieren, weil eben die Qualitäten in den letzten 10, 15 Jahren sehr, sehr gestiegen sind. Und das österreichische Flair zieht sich bis in den 2500 Quadratmeter großen Spa-Bereich. Denn zwischen Kleopatra, orientalischem und Sereibad empfiehlt Heidi den Gästen vor allem auch das Heubad. Das Heubad, das ist auch eine Wanne, die wird dann eben befüllt mit Heu und zusätzlich mit Zirbenduft und Murmelöl versetzt das Ganze. Und man bleibt dann circa 20 Minuten bis eine halbe Stunde drinnen und ist dann gut für die Regeneration sozusagen. Und letztendlich ist das Trofana Royal auch ein Stück österreichischer Familiengeschichte, so Direktor Alexander von der Tann. Meine Eltern haben 1976 ein Vier-Sterne-Hotel, ein kleines Gasthaus im Dorfzentrum gebaut. Damals kam eben die Namensfindung, das Trofana. Diese Trofana-Betriebe haben sich dann entwickelt. Und dann 1996 und 1995 wurde hier dieses Hotel gebaut. Und es war eigentlich von vornherein klar, dass es auch Trofana heißen würde. Nur mussten wir einen Zusatztitel finden. Und das Royale Fünf-Sterne hat sich dann eigentlich aus den Diskussionen hergegeben. Und das Fünf-Sterne-Hotel, das Flaggschiff der Trofana-Betriebe, hat dann den Namen Royal bekommen als Flaggschiff der Trofana-Betriebe. Und so kann jeder für sich bei einem Aufenthalt dem Trofana Royal ein Stück Österreich auf höchstem Niveau in seiner Erinnerung mit nach Hause nehmen.